Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Actix. Resist or Serve. Wir haben jetzt Kathleen gefunden. Und jetzt sollen wir sie einfach rausbringen. Weg von hier bringen, hat Scully gesagt. Ich hoffe mal... Caitlin, kannst du mit uns sprechen? Sag uns, was passiert. Ich will nicht sterben. Wir sind hier, um dir zu helfen. Die Doktor haben uns geholfen. Warum? Warum haben sie diese Dinge zu uns gemacht? Das Korb... Dirk hat sie. Wer wirst du denn? Ähm. Halt! Ach, scheiße! Kein Text! Der bedroht uns auf jeden Fall. Nein! Oh, wir haben ihn erschossen. Sheriff, Endgegner! Boah, du scheiße! Pfff! Pffuah! Wir nehmen unsere AK. Scheiße, Aspirin. Ein Schuss, hoffe ich mal, ertragen wir noch. Oh, kacke. Ich muss mal Medizin nehmen. Oh, Gott! Seine Energie ist auch nur noch halb. Scheiße! Ich will... Achso, ich will... Ich hab noch ein bisschen, okay. Ich möchte mal einen Molly ausprobieren jetzt. Jetzt, wo wir einen haben. Ach, deswegen in Verbindung mit Feuerzeug. Alles klar. Die weg. Steff doch! Äh. Okay. F! Wow! Fuck! Fuck! Ich wusste eben nicht, wie das funktioniert mit dem, äh... Molly. Ich hab gar keine Energie mehr, ne? Okay, ich würd sagen, der nächste Schuss muss sitzen. Der nächste Schuss, genau. Scheiße. Ich würd auch einen Molly nehmen. Ähm. Der deck. Oh, kacke. Oh, kacke! Okay. Oh, geil! Dann klauen wir auch das nochmal. Das fehlt mir gerade richtig gut. Ja, I wish to load. Und ich glaub, soweit waren wir auch gar nicht vom Speicherpunkt weg. Gut, dass ich nochmal gespeichert hab, bevor das hier losging, ne? Also, ähm. Wir müssen doch mal wieder reingehen, äh... Sie da eben retten. Das dauert ja nicht allzu lange. Vielleicht haben wir nur so das Glück und die Katze hier ist diesmal mit Ton. Das ist nicht ein allgemeiner Bug ist, sodass es so hin und wieder auftaucht. Und das ist natürlich echt schade, dass sowas dann halt passiert. Aber wir nehmen trotzdem gleich erstmal... Was nehmen wir gleich mal? Nehmen wir einen Molly, oder...? Ich glaub, wir nehmen gleich erstmal einen fetten Molly und schmeißen ihm den entgegen. Dann rüsten wir ihn schon mal aus. Den hier. So einen. Genau. Die ganze Zeit ist Molly in der Hand, cool. Aber da haben wir da. Hier rein. Hast du schön aufgemacht, Scully? Bin stolz auf dich. Ja, dann lass uns mal rein da. So. Dann wissen wir ja schon, dass es da hinten lang geht. Aber Munition holen wir uns noch eben, die war hier. Füßen wir gerade ein. Hallo. Munition. Sehr schön. Die muss mit. So, und dann können wir jetzt nochmal hier hinten hin. Da ist sie ja versteckt. Komm her. Vielleicht mit Ton? Sehr schön. Sie ist hypothermisch und in Schock. Wir müssen sie rausziehen. Okay, die Szene war vorhin auch schon mit Text. Aber jetzt gleich. Vielleicht die mit dem. Mit dem Captain, wollte ich gerade sagen. Mit dem, äh. Warte mal, kann ich jetzt schon anzünden? Angezündet habe ich ihn. Jetzt gehen wir raus. Caitlin, kannst du mit uns sprechen? Sag uns, was hat passiert. Ich will nicht sterben. Wir sind hier, um dir helfen. Die Doktor haben uns geholfen. Warum? Warum haben sie diese Dinge mit uns gemacht? Gute Frage. Nächste Frage. Ich hoffe, ich habe die noch angezündet. Scheißen, Dreck. Das hat nicht gezählt. Ah. Ah. Okay. Nochmal. Ach doch, nicht so. Oh. Ey, das ist ganz schön krass. Ich versuche jetzt die AK nochmal. Die hat mir geholfen. Okay, versuche jetzt. Ach, was soll das? Ja, klasse. Ich habe kein Aspirin mehr. Was? Jetzt schon weg? Ach, kacke. Das muss ich gleich wahrscheinlich nochmal machen. Aber dann lade ich gleich das. Das schneide ich euch dann da ran. Okay, dann. Okay. Das ist doch geschafft. Äh. Oder auch nicht. Ich dachte, er wäre tot. Ah. Okay, Leute. Dann schneide ich euch das jetzt ran. Bis gleich. Da bin ich wieder. Der Sheriff ist auch da. Der Sheriff, genau. Danke. Das war ganz schön scheiße. Super. Gut geklappt. Oh, ich bin aber auch ein Held. Dicken Molly jetzt hier. Ja, so ist gut. Genau, Alex. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich bin nicht so der Beste im Models schmeißen, ne? Du darfst doch! Ich sehe nichts. Bäh? Ich habe mich selbst angezündet. Bis gleich. Da sind wir wieder. Oh. Okay, zumindest habe ich ihn eben ganz schön gut getroffen. Muss ich mal sagen. Muss ich mich mal ausnahmsweise mal loben. Das war scheiße. Ey! Du Penner! Okay, das war... Ach, geh weg, ey. Weg, 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 weg! Was ist los? Ach so, jetzt muss ich das Ding ausrüsten, oder was? Aha! Was ist... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Aha, aha, aha. Tjoa, wollen wir mal gucken. Das ist so unfair. Dass der einfach weiterballern kann, ist ein bisschen unfair. Aber okay, dann versuchen wir es jetzt mit der Knarre. Okay. Also weglaufen hat keinen Sinn. Ich müsste draufballern und gut. Und jetzt mit dem... Ich weiß nicht, was das bringen soll. Wie oft soll ich es... Ja. Ich verstehe das nicht. Was bringt denn das, wenn ich ihn damit kriege? Ich versuch's weiter. Ich versuch's weiter. So, und jetzt volle Kanne drauf. Ich hab sonst keine andere Möglichkeit. Komm mal rauf. Was bringt das? Was bringt das? Ich versuch's, ich versuch's einfach weiter, halt. Da steht, das auf Sheriff anwenden und ich mach das. Muss doch einen Sinn haben, was ich hier mach. Oder? Weiß ich nicht, da steht da, dass ich das machen soll. Ich komm mir grad ein bisschen blöd dabei vor. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ich gliesse mal eben die Akte vom Sheriff durch. Ob das Sinn hat? Das heißt, ich... Hä? Äh, ich will das lesen. Achso. Ja, gut. Ja, das ist nix Neues, ne? Äh, bringt auch nix mit. Nein. Also, ich weiß auch nicht, ob das nun... Da steht ja... Das auf Sheriff. Das mach ich ja. Es tut ihm ja auch weh. Also, ich füge ihm damit Schaden zu. Also, wenn er irgendwann sterben sollte, dann... ...wird er wohl sterben. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass das hier so gewollt ist. Aber ich mach's einfach mal weiter und kommentier drüber. Und erhoffe, dass was passiert. Er hat ja auch keine Energieanzeige mehr. Das ist ja das Komische. Oh. Und es tut ihm weh. Also, ja, versuchen wir es. Er kommt ja auch nicht zum Schießen, solange ich ihn immer bombardiere. Ist das Gute. Und sonst hab ich grad keine Ahnung, was ich machen soll. Sonst muss ich echt mich mal im Internet schlau machen, wie es weitergeht. Das ist leider so. Aber es sieht nicht so aus, als wäre das hier von Erfolg gekrönt. Soll ich denn nochmal auf ihn schießen? Also, das hat gerade gar keinen Sinn. Ziel der Tum. Ich versuch's nochmal weiter mit dem. Ähm. So. Muss ich weglaufen? Äh, ich bin tot. Ich bin tot, Leute. Ich werde mich im Internet schlau machen müssen, denke ich. Das hat so keinen Sinn. Tja, bis denn. Moin, moin. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Akte X Resist or Surf. Ich hab mittlerweile rausbekommen... Das drücken wir mal... Äh, das ist nicht so. Zack. Wie es jetzt funktioniert. Also, nicht ich persönlich. Ich hab's, muss ich offiziell mal so sagen, äh, nachgesehen. Falsch. Ähm. Ja, ich bin aber nicht der Einzige, der Probleme damit hatte. Es hatten wir anscheinend schon mehrere Probleme damit, wie dieser Endgegner zu besiegen ist. Oder Zwischengegner, wie auch immer. Ähm. Es ist so, dass ich das so gesehen schon richtig gemacht hab. Wir müssen ihn so lange anschießen, bis halt diese Nadel, dieses Stiletto da oben eingeblendet wird. Und dann müssen wir ihn tatsächlich auch nur einmal eigentlich mit dem Stiletto treffen. Nur müssen wir ihn von hinten erwischen. Also, wir dürfen nicht von vorne auf ihn einhalten, sondern wir müssen irgendwie hinter ihn kommen und dann ihn einmal anpiksen. Okay. Das, äh, ja. Vielleicht wurde das sogar irgendwie zwischendurch erwähnt. Vielleicht in einer Cutscene, die ohne Ton war oder so, ist möglich. Oder ich hab's einfach verpasst. Nicht genau aufgepasst. Das ist alles möglich. Ähm. Nichtsdestotrotz. Versuchen wir das jetzt hinzubekommen. Ich werd trotzdem nochmal wieder die AK nehmen. Und. Ja. Wir müssen ihn halt so lange anballern, bis wir das Stiletto benutzen können. Und dann müssen wir irgendwie hinter ihn kommen und einmal piken. Und dann ist das erledigt. Caitlin. Wir wollen die Katze ihn nicht sehen. Drück ich mal eben weg. Und dann versuchen wir den jetzt platt zu machen, den Sheriff. Ja. So, das haben wir schon mal. Einmal ein Aspirin, bitte. Und weiterschießen. Ja, ich kann grad nicht mal... Einer. Darf ich nochmal ein Aspirin nehmen? Muss es sogar nehmen. Und dann bleib ich tot. So, und jetzt müssen wir ihn hinter... Jetzt müssen wir ihn hinter... Ihn hinterkommen. Hinter ihn kommen. So. Läufst du mal weiter? So. Und piken. Er muss jetzt seinen komischen Strahl da machen. Wenn er das nicht macht, hab ich ein Problem. Du machst doch deinen komischen Move. So, es ist immer hinter ihn. Irgendwie. Und piken. Scheiße. Hat geklappt. Wir müssen es doch... Hat geklappt. Wir haben ihn in den Nacken gepikst. Wir sind halb tot. Äh... Was hat er denn jetzt? Schatt... Ach, wir haben die Schattgarten von ihm bekommen. Das finde ich ja schon mal sehr nett. Aber ich werde jetzt mich hüten zu speichern. Wir sind fast tot. Wow, aber geile Schattgarten. Die möchte ich mir direkt bei ihm angucken. Äh, nee. Boah, schönes Teil, oder? Ganz ehrlich. Gefällt mir. Ja, das ist eine feine Schattgarten. Ja, okay. Zu viel dazu. Wir sind fast tot. Wir sollten zu Scully gehen. Vielleicht kann die uns mal ihm helfen. Weil so bin ich echt gleich am Ende. Vor allem wie er schon torkelt hier. Oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich werde ich ihn gleich nochmal besiegen müssen. Äh, ich bin noch auf der Fall schon leide. Das sieht geil aus. Oh Gott. Molder, du tust mir gerade etwas leid. Aber vielleicht habe ich auch gleich eine Katze. Wir sind erstmal gerettet. Das wäre natürlich super. Darf ich hier hin? The doors jammed. Äh, okay. Schön. Dann gehe ich einfach mal raus. Ich weiß aber nicht, wo ich lang soll, wenn ich ehrlich bin. Verlassen wir einfach mal dieses Häuschen. Gucken, was passiert. Vielleicht kommen sie uns ja automatisch hinterher. Scully und die andere. Kesseln. Oder auch nicht. Toll, wir sind da schon wieder Viecher unterwegs. Wo, wo, wo muss ich denn jetzt hin? Äh, bin gerade jetzt schon wieder, jetzt bin ich schon wieder überfragt. Wo, wo, wo muss ich denn jetzt lang? Ähm. Ach, zur Feuerwehr, oder? Wo, wo will ich jetzt überhaupt hin? Keine Ahnung, Leute. Wo will ich hin? Also, ich darf nicht da rein. Looten tue ich schon mal nicht mehr. Das ist schon mal geil. Ich weiß, ich weiß, was schärmt. Ja. Dann haben sie mich allein gelassen. Das ist schön. Hat er noch was? Weiß ich. Nein, hat er nicht. Ja, ich werde nicht weit kommen. Das ist das Problem. Aber, wo soll ich hin? Zur Feuerwehrstation? Vielleicht hätte ich das auch gleich noch nachgucken sollen. Weil jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo lang. Und ich habe das Problem, dass ich jetzt mal eben nachladen kann ich noch. Aber ich kann nichts mehr. Super. Da ist offen, oder was? Ja, da ist offen. Ah, wieso? Jetzt darf ich den nochmal besiegen. Ach, Leute, ist das schön. Wir sehen uns gleich wieder.